Wir haben gesagt, Frauen haben keine Gleichbehandlung verdient und damit für Aufregung gesorgt. Einfach nur überflüssig. Überflüssig? Wir, die Barmer finden, überfällig. Frauen und Männer sind nicht gleich und können nicht immer gleich behandelt werden. Deshalb setzen wir uns für geschlechtersensible Medizin ein. Mit einer Awareness-Kampagne, die Leute dazu bewegt, sich zu informieren. Und dabei echte Emotionen weckt. Eine Kampagne, die ins Detail geht und mit Hilfe von zwei Testimonials die Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen aufklärt. InfluencerInnen greifen unsere Message auf. Ads auf YouTube, Instagram, TikTok und Facebook treffen ins Schwarze und bleiben in Erinnerung. Mit über 86 Millionen Impressions befeuert die Kampagne eine gesellschaftliche Debatte, die gerade erst in Fahrt kommt. Und auch wir haben gerade erst angefangen. Denn die Gleichbehandlung von Männern und Frauen muss aufhören. Das ist ein Verstiegler. Das ist ein Verstiegler. Oder wir haben gerade erstens die Leute über Gerät. Wir habenentially ein Verstiegler.